Musik 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 Aha, ich dachte... Dieser täglich ist er drin, da haben wir es doch schon. Wieso fragst du, Riva? Ach, das war nur so ein Gedanke. Ah, okay. Aber wir sind alle weiß, das ist doch schon mal was. Ja, bleich im Gesicht. Doch, jetzt kommt erstmal Washington. Oh je. Guck mal, das schreibt man Hooligan mit denen. Ja. Ja. Zum Glück schreiben sie nicht Honig. Ja. 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 Kannst du schon haben, wenn du wieder von hinten kommst. Ja. 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 Rieber, wieso stehst du da bitte auf der Straße? Rieber? Weiß nicht, keine Ahnung, war Rieber weg. Na, das war komisch, du bist mitten auf der Straße gestanden. Also ich fahr jetzt mit Absicht langsam, weil ich jetzt erstmal ein bisschen Achtung habe. Ja, ich hab auch vorhin im Auto gesehen, einfach stehen lassen. Die Runde kann ich nicht vergessen jetzt, fahr langsam durch. Ja, die war schon schlecht, weil ich im Rieber hinten den Koffer raubgefahren bin, der stand in der Kurve. Also, ganz unerwartet. Achtung! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wer hat die Reifen da hingeschaut? Wer war das? Wer hat die Reifen da hingeschaut? 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 Warum? Warum?